Musik Herzlich Willkommen zu einer weiteren Stunde Sleeping Dogs Das ist schon lange lange her, dass ich das gespielt habe Das ist eigentlich gar nicht mein Ding Normalerweise spiele ich ein Spiel am Stück durch Aber ich habe gerade so vieles, so viele Projekte, die ich irgendwie nebenbei laufen habe Und da muss ich irgendwie, ähm Äh, 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 ja Immer mal was hinten anstellen Aber ich will jetzt endlich mal mit Sleeping Dogs weiterkommen Onkel Po will ich sehen Komm ins Krankenhaus Big Smile, Lee, Tuchin und die Young warten schon So, aber erstmal machen wir hier diese Überwachungskacke So Äh Da Enter Ich soll irgendwie wieder Oh, jetzt stoppt's aber So, nehmen wir einfach den Boah, war der grob Das war ja grob Okay, das war richtig War ja auch so schwer, der hatte ja ein Zeichen über dem Kopf Aber wir haben ja noch was Ne, aber nicht Ne, aber nicht Da war kein mehr Da auch nicht Was hier Enter Was geht da so ab Hm Na, was machst du da, mein Freund Was machst du da, hä? Fühlst du dich beobachtet, hä? Guck mal, wie ein kleiner Lachender Chinese So, aber wie es aussieht Ist hier alles cool Also raus Äh Raus Verlassen So, warum habe ich jetzt meine Waffe weggeschmissen? Kann mir das mal einer verraten? Ja Hallo, ich will laufen So Leck mich nur, weil ich eine Waffe habe, die behalte ich Die behalte ich, dann klaue ich mir halt irgendein Fahrzeug Hier, das da hinten Oh Das da will ich haben Gib mir deine Karre Verpiss dich So Erstmal gucken, was wir jetzt nächstes machen Da haben wir Boutique-Kram Mal rauszoomen Ach du, ahnst du es nicht Ist ja alles ganz weit auseinander Was haben wir hier Wieder eine Drogen-Razzia Kann ich aber trotzdem mal machen Äh Nein Äh Ich vergesse mal, dass man mit der Zurücktaste alles zurück macht Oh 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 Geld Noch jemand was zu melden? So Jetzt gehen wir hier an den Kasten Naja, voll easy So macht man das Schläger besiegt So und darauf stehe ich ja total Null Eins Zwei Drei Eine Zahl ist falsch und die sind richtig Okay, dann nehmen wir hier jetzt die Zwei Hier nehmen wir die Drei und hier nehmen wir die Vier Hm Dann nehmen wir hier die Drei Hier die Zwei Und hier die Fünf Hä? Falsche Position Die Zwei war schon da Da Hier war die Zwei noch nicht Ach scheiße, ich hab das verwechselt Hier muss die Drei und dann machen wir hier mal eine Sechs raus Gut, dann muss hier jetzt eine Drei hin und hier eine Sieben Acht Oh Eins Zwei Drei Vier Hat sich ja jetzt sicher geändert, oder? Machen wir hier jetzt mal die Eins hin Und da drüben die Drei Und hier die Fünf Sechs Sieben Oh oh Acht Boah Ist ja nervig Okay Und das Überwachungssystem benutzen wir das nächste Mal, wenn wir da unterwegs sind So Gleich die nächste Drogenrazzia-Kram Oh Ich bin das Penner Ja, 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 Bulle, sitze du drauf. Ich auch. Komm her, Bulle. Hm. Boah, falsche Kameraperspektive, boah. So, einer weniger. Okay. Weiter, weiter, weiter. Oh, Master League Gaming. Spielt das Spiel auch. Sehe ich gerade. Scheiße, keine Munition mehr. Oh, 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 oh. Jetzt gibt's aufs Maul. Na los, kommt her. Oh. Na wenn, dann soll's sich richtig lohnen, oder? Wenn die Bullen schon hinter mir her sind. Haut rein. Tschüssikowski. Da vorne, ist das der Transporter? Weil wenn die mich eh schon verfolgen, dann kann ich auch gleich noch einen Transporter klauen. So, jetzt hier rüber. Alles cool, alles cool, ey. Das ist wie bei Alarm für Cobra 11 hier. Hey, ich seh nichts. Tschüss, ne. So macht man das, so macht man das, liebe Leute. Wo soll ich denn das Ding hinbringen? Hallo? Karte. Warum zeigt er das nicht mehr automatisch an? Damit haben sie nämlich nicht gerechnet, dass ich auf einmal das Fahrzeug wechsle. Haha. Idioten. Bum, 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 bum. So, die kann ich jetzt wegwerfen. Berichte? Ja, 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 das interessiert mich nicht. So. Ah. Ich will da durchschalten. War das cool? Wann war das? Wie war denn das durchzuschalten da unten? Scheiße. Ist doch lange nicht mehr gespielt. Gangster. Ah, Gangster. Taxi nehmen. So. Und ich will jetzt die Mission machen. Ja. Fahr mich da hin, Taxi-Man. Aber ich muss noch einen Schluck trinken. Ja. Gemäßer Tradition müssen wir ein mal rein. Ich weiß, dass du richtig bist. Ich weiß, mein Junge. Uncle, du bist okay. Dank an dich. Frau Chang hat mir gesagt, über die Probleme zwischen dir und Big Smile Lee. Du musst du das Wettbewerb auf einmal. Wir müssen uns gegen unsere realen Feind. Ja, natürlich, Uncle Po. Uncle Po. Puckmuck. See to it that way is formally initiated. He's been a loyal foot soldier to the Sun Han Ji. It's time to make him a Red Pole. Your initiation is Young Leong. He has been selling to school girls and was ordered to stop. He switched to the 18K instead. Make an example of it. Thank you, I will. If any of your people have not been properly initiated, bring them with you. Uncle, we still need to decide who will lead us. What about you, Puckmuck? You are my greatest friend. You know my wishes better than anyone. Would you not take my place? No, Uncle. I am your advisor. I cannot lead in your place. So, if not you, who then? Who better to preserve your wishes and keep the family together? Tu Qian. Can you handle this responsibility? Temporary chairman? Yes, Uncle. I am ready. I agree. I am ready. We will see how it is done. Hör, ich habe ein paar Nachrichten. Ich bin auf meinem Weg hin. Wir haben einen Aaron zu fahren. Wir sehen uns in ein paar Minuten. Ich kann mich gar nicht mehr an die ganzen Moves erinnern. Scheiße. Ab in die Sauna. So, was geht hier ab, Leute? Ja. Fuck me! 100%. Ja, Baby! I fucking did it! Yeah! Oh, don't worry about it, my man. It'll be your turn soon. Jackie, they're making me a Red Pole. Holy shit, Wade! Holy fucking shit! Well, Jackie, the dream finally comes true. No shit! Hey, Wade, don't think I don't appreciate it. I know it wouldn't have been possible without you. No problem, Jackie. Man, you want to get a massage before we go? My treat. Come on, man. Best way to celebrate. You won't believe what these girls can do. No. Yeah, 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 yeah. Komm her, Schlampe. So, what did you do? I put them in data. Ah, he pays. You want a data relief? Alright. So, what's the problem? Come on. I want a massage. I don't think it's going on him. Is that a massage with Happy End? So, what's this errand? It's part of our initiation. You know this guy? Holy shit! The youngest one of us, Wade. I'm not the old prosperity, just like you and me. Oh, he's been dealing the kids. They ordered him to stop a couple of times. Okay. Oh. They tell you much about the ceremony? Just that we're in it now. We're brothers after that. Man, son on ye brothers. Yeah. Hey. What? I went out with you, May, the other day. Finally asked her out, huh? So how'd it go? Ha! Good rungezogen. I read that somewhere. That if you make a girl laugh, she'll fall in love with you. I think if you're funny, she'll fall in love with you. Same thing. Hey. Where's Young? Hey. Where's Young? Hey. 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 Hey, we need to talk to you. Uncle Po sent us. Alter. Hier ab geht. Komm schon. Jetzt verliert der mir die Fresse. Das kann ja auch nicht sein. Ja, geht doch. Schön in die Eier treten. Wow. Hast du gut gemacht, Junge. Jetzt heul nicht rum. Hast du richtig gemacht. Checky, let's go. Checky, let's go. Let's move. Checky, let's go. Okay? I don't know, man. Shit, we have never done that before. I know. I know. Komm, steck ein. I don't know. My hands are shaking, man. Look, take a breath, Checky. Breathe, man. Did you see the look in the guy's eyes? I didn't expect it to be a guy. Hast du den Ausdruck in seinen Augen gesehen? Ja, der war ungefähr so wie ein Auto, nur nicht so schnell. Scheiße, da komme ich nur irgendwo durch. Das wäre das Ende bei einer Verfolgungsjagd gewesen. Jetzt komme ich hier nicht raus. Oh, jetzt geht's. Hey, Driver. Nö, 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 nö. Aber mit den Messern, das ging ganz gut. Ohne Flachs. Mit den Messern konnte man gut die alle platt machen. Hier muss ich rein, okay? Gut. Is it done? It's done. Good, good. Brothers. From today forward, your lives will be forever changed. Because today, you are my brothers. We're bound to each other by blood. Sworn to protect each other to the death if necessary. with our brotherhood comes duty. You will obey our leader in all things and you will show your brothers respect always. With our brotherhood comes power. The son on you does not die. The son on you does not forget. It rewards its sons with wealth, status and honor. It protects their businesses and their families. It cares for their children as if they were their own. Our brotherhood pays our enemies with pain and suffering and death and none suffers more than a traitor. Betray your brothers and you will die a thousand times over slowly in the dark. Son on ye and the gods themselves will burn your soul from your body and crush the ashes with our heels. There are 32 O's. With them you are bound together. With them you become son on ye. Are you ready to begin? Oh Gott. Muss ich die jetzt alle auswendig lernen und dann aussagen. Ich will immer ein braves Mädchen sein. Äh. Aberdeen Hausboot verlagte Haua Tushin Tau. Ich hab was für dich. Komm in einer Stunde. Ja geht's mal weiter? Ich hab auch was für dich. Ein paar auf die Fresse. Ach ich kann wieder lesen. Ist es ein langer Tag oder was? Pendry ist sehr beeindruckt. Ich werde nicht lieben. Ich bin auch beeindruckt. Er will dich umschauen. Schau was du finden kannst auf Sonny Woe. Er sagt das als Priorität. Ich hab über ihn. Er reppt UnternehmerInnen, dabble in Porn mit allgemein ein bisschen menschliche Trafficking aber warum nach ihm gehen? Er ist nicht Sonon Yee. Um Sonon Yee zu bringen, wir müssen die Menschen die sie unterstützen. Wir müssen die Revenue und die Netzwerke Das ist wie wir ihn wo es tut. Sonny's Revenue ist massiv. Und vieles ist mit Sonon Yee. Ich will sehen, was ich tun kann, Reimen. By the way, du hörst irgendwas über DogEyes? Er sieht, er hat sich nicht verabschiedet. Ich habe nicht gehört. Oh, bevor ich mich vergessen, Jacky Ma wird ihn in. Jacky? Von dem ich in Ihren Reporten habe, er wird eine gute Art von Info, und es wird nicht schwer für ihn zu sprechen. Wir brauchen ihn für uns. Das macht keinen Sinn. Er ist niemand. Er ist ein Kriminein. Du bist ein Kampfer. Ich hätte es ein Rekord verletzt, aber es scheint, dass du dich verabschiedst. Ich bin nicht verabschiedst. Ich bin nur... Ich bin ein fucking Idiot, okay? Er ist ein Teil meiner Kuppe. Er hat mich in gebracht. Er ist derjenige, der mich verabschiedet hat. Und jetzt bist du so hoch, du hast ihn nicht. Er hat seine Vorteile verabschiedet, also wir bringen ihn in. Ich nehme das mit Pendrum. Das kam aus Pendrum. Er hat ihn in, er hat nichts gemacht. Und es macht meinen Job schwerer. Ich mache das nicht. Du hast keine Wahl. Okay? Es ist eine direkte Ordnung. Ja? Direkte Ordnung? Das ist eine Ordnung, dass du direkt auf deinen Arsch geraten kannst, Raymond. Das ist, was mich überrascht, Ray. Du bist einer von ihnen. Sie sind einer von denen. Habe ich schon wieder eine Knarre in der Hand? Ah, jetzt bin ich in meinem neuen Zuhause aufgewacht. Ich bin ja schon mal in so einem großen Apartment aufgewacht und bin dann trotzdem immer wieder nach Hause gefahren. Cool. Ich habe jetzt eine Knarre mit Vollmunition. Kann ich hier boxen? Ich kann nicht boxen. Wo ist mein Fernseher? Wo ist mein verdammter Fernseher? Schlafen. Toilette benutzen. Yeah. Muss immer mal sein. Schön ins Klo geschilft. Okay. Wo ist mein verdammter? Ach, da ist der Fernseher. So, dann benutzen wir mal die Überwachungskamera. Wo habe ich denn was Neues aufgenommen? Da. Wahrscheinlich da am Triadmarkt. So, wer von euch ist der Böse? Hm. Tja, jetzt könnte alle laufen und der kleine Dicke bleibt da, der da gerade trinkt. Aber auch krass, dass es immer gezeigt wird mit so einem Symbol da drüber. So, schmeiß ihn hin. Ah, nimm das, Schwuchtel. Na, es gibt auf jeden Fall immer zusätzlich Kohle, ne? Das ist nicht unser Mann. Scheiße. Schmeißt er immer die Knarre weg. Hä? Da soll ich hier hin. Das kann aber ja nicht sein. Nee, hier ist nichts zurück. Das muss hier sein. Hm, treiben sich wieder neue Leute rum. Identifizieren sie den Lieferanten. Woher soll ich denn wissen, wie der aussieht? Dann soll es der sein, ha? Nimm das. Und hingeworfen. Das ist nämlich mal saubere Verhaftung. Ja, dafür gibt es Punkte. Komisch habe ich erst den falschen. Passiert. Oh, ein Upgrade. Ne, 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 Upgrade. Oh, er kann in Zeitlupe zielen, während er bewaffnet von einem Fahrzeug springt. Äh, nein, Zeitlupen, äh, klar. Zeitlupe nach Sprungschüssen und Entwaffnung dauert länger. Achso, die Zeitlupe dauert länger. Mhm. Ja, ich will ja diese stärkere Munition. Was haben wir da? Schusswaffen im Kofferraum vom Polizeiwagen. Oh, das will ich auch haben. Aber erst mal das. So, jetzt kann ich ganz lange, kann ich jetzt, oh, Zeitlupe, oh, töten. So. Und raus hier. Wie kann ich denn hier unten durchswitchen? Warum geht denn das nicht mehr? Ja, war das irgendwie 1, 2? Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Nochmal rauszoomen hier. Bin jetzt hier beim Fischmarkt. Hier vorne gibt es eine Drogenrazia. Die kann ich auch mal mitmachen. Hallo? Nein, ich will hier Drogenrazia. Okay, zurück. Dann hat Jackie anrufen. Wie geht's? Wie geht's? Gut, ob du hattest, Mann. Mann. Ich habe etwas, Mann. Das könnte größer für uns sein. Hast du noch den Plan, den du überlegen wärst? Ja. Ich will. Ich kann es dir nicht. Wir können eventuell gehen. Oh, bring your car, okay? What can I do for you? So. Ja, gib mir mal hier Karre. So. Aber da will ich ja gar nicht hin. Wie kann ich nochmal die Ziele umschalten? Da auch nicht. Wie ich gerade voll doof bin. Tut mir leid, Leute. Ich muss mal ganz kurz in die Options gucken. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß es einfach nicht mehr. Farbefehle. Beschlagen, bremsen, schießen, freizielen, rangieren, rammen. Kapern, auf Motorrad, hupe. Nee. Hm. Hm. Ist nicht da. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber die Razzia, die kann ich doch erst nochmal machen, die hier war. Ach, scheiße. Ich kann nur die eine Sache machen. Oh, ich fahre falsch. Scheiße. Ich habe unschuldigen verletzt. Oh mein Gott, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Kann ich hier durchfahren? Yeah, oh. Ich hätte auch übel enden können. Das ist die Abkürzung. Ich hupe auf. Oh, das war auch nicht gut. Da führt mich das Navi wieder in eine ganz komische Richtung. Ich fahre jetzt hier runter und jetzt nach links. Hm. Nimm das, Penner. Fahre die nächste erst ab. Warum? Weil ich das sage. Boah, hast du ja Glück gehabt. War nur ein Sachschaden. Das Navi, ne? Das spinnt so derbe rum. So. Da vorne ist noch so ein Heilding. Oh, bitte lass mich aussteigen. Lass mich aussteigen. Nein, noch nicht. Ich brauche erst die Gesundheit, Digga. Oh, da fehlen mir noch welche. Oh, oh. Fette Ladung Edelsteine. Nein, 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 nein. Hey. Mach mir nicht das zu, ja. Ja, könnte sein. Könnte ein guter Tag werden, aber ich glaube nicht. Für dich. Dieser Linksverkehr, ne? Ah, aber diese Lichteffekte hier vom Regen, die sind großartig. großartig. Man, I don't know. Sometimes I wake up and I have this bad feeling. Wake up in the morning feeling like pity. Low key. Good payday. Man, I'm starting to... Das könnte das Ding sein, was ich brauche. Ja, Jackie. You know, she'll love it. Yeah, Gesundheitsschrein gefunden. Steigt wieder ein, Jackie. Mach nicht so'n Blödsinn. Vorne ist fette Anlage. Warten wir, bis dunkel wird. An der Cover zu arbeiten, ist ganz schön beschissen. What if it's locked? What a problem. There are heavy duty tools in the shed just over there. You get the tools, I'll scout the containers. Meet me there, when you have something to cut the lock, okay? Okay. Ich laufe jetzt hier hoch, würde ich mal sagen. Cash mir den von hinten. What did you say to me, huh? I don't do that on the first date. What did you say? I said... Hey, what are you doing here? Uh, garbage collection. Oh, sorry, brother. Didn't recognize you. Kann ich einfach hier ungestraft langlaufen? Ich wollte denen gerade eine geben. Naja, dann mach ich das halt. Oh, sorry, you won't hear me again. Okay, ganz vorsichtig. Aber seine Ausrede gerade war nicht so wortgewandt. Ich schneide dir die Kehle durch. Nein, 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 nein. Hier eine Kreissäge. Okay. 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 Laufe ich einfach mal hier hinten lang, ne? Joa. Das wird schon hinhauen. Auf zu Jackie. Jackie ist doch einfach eigentlich so ein Mädchenname, oder? Jackie. Ist das nicht so Verniedlichung von einer Jacqueline? Jackie. 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 Ja. Knuck. Bam. Greifen sie Jackie nicht an. Hatte ich nicht vor. So. Gut so ein Akkuteil. Und noch einen. Wieder in die Fresse. Na, ich bräuchte ein bisschen mehr Energie. Kommt jetzt bei jedem Wagen einer? Wahrscheinlich wird es erst im letzten sein. Ist wieder nicht drinne. Na, wo kommen jetzt die Leute raus? Ach, das ist es doch. Okay, das Motorrad nehmen. Natürlich erst den Helm aufsetzen. Vorher kann man nicht fahren. Das gibt doch Gas, Junge. Okay, hier hoch. Schneller, schneller, schneller. Blätter, Blätter, Blätter. Oh. Scheiße, der Bautenunfall. Ah, bringt mir aber nichts. Ich will weiter. Okay, komm. Los. Und die Typen hauen wir raus. Erholen. Ich bin ein Erholungstalent. Alright, das war. Ich bin ein Erholungst � short. Ich bin ein Erholv achei. 's für ein Hahn rendezいた. Ja! Herr Alexander! Das ist, Mann! Ah, achso. Ja, passend, danke. Danke für die Karre, Digga. So. Ich checke gerade aber nicht, warum ich nicht mehr weiß, wie ich durchschalten soll. Äh, das geht mir gerade so auf den Sack, dass ich das vergessen habe. Oh Mann. Das ist Pokai. Irgend so ein Stauer-Schimpfwort bei dem. Geh mal eine Suppe essen. Oh ja, was kann man hier futtern? Ja, entschuldige. Oh. Sorry, Oma. Gehe ich halt nochmal weg. Jetzt komme ich nochmal zurück. Ja. 42 Takten für einen Tee. Ich denke, gehe ich raste aus? Ja. Schadensresistent, ne? Wunderbar. Die Frau mit dem roten Schirm, das ist ein Zeichen. Sie muss es sein. Sie muss es einfach sein. Komm her, Baby. Gib mir den Schirm, gib mir den Schirm. Du hast doch nicht genug. So. Tschüss, Schwanzloh. Ach, meinen Schirm darf ich da nicht verlieren. Ja, wieder ein Tresor. Oh, schön. Guckt euch das mal an. So, aber welche Taste war das? Alt nicht. STRG auch nicht. Ich dachte immer, es wäre TAP. Einsatzziele E. Vielleicht, wenn ich draußen bin. Ne, da wäre... Oh. Bin ich gerade voll blöd, dass ich das nicht mehr weiß? Ich drücke jetzt alle Tasten hier. Ah. Es war M. Intensivpflege. Rattenfänger. Umleitung, orientierungslos. Intensivpflege. Okay, es war M. Verdammte Axt, ey. Dass ich da nicht mehr drauf gekommen bin. Ja, ich möchte zur Intensivpflege, ne? Ich habe nicht keinen Bock, selbst zu fahren. Danke. Ja. Ist nämlich ein weiter Weg, weißt du? Ich habe nicht mehr viel Sprit im Tank. Oh, ich wollte mal einen Schluck trinken. Toll. Drogenrazzia. Ja. Okay, mach ich erstmal die hier auch noch platt, dann habe ich beim nächsten Mal voll Spaß. Ja, Junge. Oh, da unten ist ein Messer. Alter. Alter, gib mir dein Messer. Alter, gib mir dein Messer, Mann. Alter, wie anstrengend die sind. Wie kann denn der Schleswig-Lp 31 Sprungkicks hintereinander gemacht haben? Ich brauche Energie. Ich brauche Energie. Ich brauche Energie, was mache ich? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ey, ich checke das immer nicht, warum ich das nicht packe. Ich hätte auch einfach mal mit dem Auto reinfangen können, ich vollidiot. Oh, ich volldepp. Brauch ein Taxi. Weil ich immer so gerne die Leute verprügel. Kann ich auch nichts dafür, dass das so viel Spaß macht. Gib mir deinen Schirm. Opa. Ich kann ihn aufspannen. Ich will den aufspannen. Komm her, Schirm. Oh, fuck. Oder kann ich mir einfach so ein Taxi rufen mit dem Handy? Das habe ich auch noch nicht versucht. Probe ich mal irgendwie den Roland an. Okay. Habe ich mal wenigstens einen Auftrag dazu gekriegt. Gib mir mal einen Karre. Ich nehme natürlich... Ach, ich nehme mal den fetten Schlitten hier. So, und jetzt M drücken. So. Oh, Entschuldigung. So, und jetzt versuche ich... Falls da diese Drogen-Razzia-Sache nochmal sein sollte... Versuche ich die einfach alle zu überfahren. Jetzt ohne Flachs. So einen Scheiß mache ich nicht nochmal. Aha. Ach, in der Seitenstraße ist auch eine Drogen-Razzia. Wir machen erst mal die, an der ich gerade gescheitert bin. Ja, sowas passiert mir nicht nochmal. So eine Kacke. Nicht, dass Grüne berührt. So eine Kacke. Alter, kommt her, Leute. So. Jetzt aber steigen. Wo ist hier der Überwachungsautomat? Da. Hä? Raus hier. Wie pack ich denn das Messer weg? Halten. Ja, so werfe ich es weg. Toll. Wo ist denn hier der Automat? Ich will jetzt hier hacken. Ach, da vorne. So. Ich will hacken. Und die 3. Immer das gleiche Muster. Okay, die 0 kommt irgendwo anders noch drin vor. Dann würde ich mal sagen... Machen wir erst mal 4, 5, 6 und hier die 0. Die 4 ist richtig, die 6 ist richtig, die 0 ist nicht richtig. Dann würde ich mal sagen... Hier machen wir mal die 0. Hier machen wir mal die 6. Na. Und hier machen wir... Die 6. Und hier machen wir die 7. Ah, ne. Hier müssen wir die 6 machen und hier die 7. Okay. Hier war die 0 noch nicht. Äh, die 6 war noch nicht hier. Und ich darf hier nicht doppelt... Sonst musst du hier die... Ach, Mensch. Wunderbar. So, gib mir mal dein Auto. Meinst du ist nämlich ganz schön kaputt? Halt die Schnauze. Weg da! Ihr Penner. Hier muss ich leider hin. So, jetzt hoffe ich, dass ich meinen... Schluck trinken kann. Ich habe mich heute in echt trockenen Hals. Geh mir das. Genau das richtige Auto. Das brauche ich gerade. Oh, lenkt sich aber wie ein Stück Scheiße. Lenkt sich echt wie ein Stück Scheiße. Und weiter geht's. Oh, da ist ein Bulle gerade. Wach geworden. Aber ich bin zu schnell weg. Das war aber echt ein coole Karate. Ich brauche eine Knauze. Ich brauche eine Knauze. Hey, check out that guy! He looks like one of them! Okay, und jetzt hier wieder... Knarre! Zeitlupe! Oh! Alles gut. Ich bin der Zeitlupenkiller. Oh, ich sehe ein bisschen fertig aus. Wie ein ganz, ganz alter, fertiger Jet Li. Nur ein bisschen größer. Was war denn der Scheiß jetzt? Was? Okay. Und wieder. Die Fresse. Hm. Sollte ich das nehmen? Ja, mein ich verkehrt, wa? Der dicken Knarre... Oh, er hat jetzt aber wieder die kleine Knarre. Ja, das Banger gefällt mir schon gut. Ich finde es schade, dass das so wenig ist. Ich stehe echt auf dieses Geballer. Diese Max Payne-Scheiße für Arme. Hier. Okay. Oh, jetzt bitte nicht. Oh. 0, 1, 2, 3. Äh, nur die 1 ist richtig. Okay, dann machen wir hier 1 und dann hier 4, 5 und 6. Die 4 stimmt. Okay, die 1 auch. Das heißt, hier machen wir mal die 5, hier machen wir die 6 und hier machen wir die 1. Oh, perfekt. Alright, alright, alright. I'm coming back. Wait, give me your hand. Komm, Störpenner. Wollt's mir eigentlich mit Pistolen mehr Spaß machen? Oh, oh. Oh, oh. Scheiße, ich hab keine Zeitlupen-Action mehr. Das ist gut. Bauen neue Muni. Pumpgun brauche ich nicht. Hey! Durch, 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 durch. God, das ganze Krankenhaus wird hier kaputt geschossen, aber das find ich schon ganz lustig. Auch wenn's euch die Zeitlupen ein bisschen leicht wird. Drogen. 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 Nutten. Sex. Let's get out of here. Oh, bitte lass mich schießen. Lass mich schießen. Ich will nicht fahren. Ich will schießen. Okay, alles cool. weiterfahren. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Das war nicht gut. Ich fahr hinter dem Schild lang. Damit rechnet keiner. Ich fahr hinter links. Damit rechnet auch keiner. Jetzt fahr ich nach rechts. Nee, ich fahr da gerade aus. Scheiße. Damit rechnet jeder. Damit rechnet jeder. Oh nein. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Wann bin ich denn da so weit geflogen? Scheiße. Man kann hier Zeitungsstände nicht umfahren? Ist ja blöd. Oh, jetzt ist er schwarz. Auch nicht schlecht. Schwarz ist effekt. Vollstopp. Oh. Mahlen wir erstmal weiter, ein bisschen näher rankommen. Wir tauchen ja immer wieder neue auf. Das ist ja die Kacke. Was the fuck are you doing? Hm, fahren wir mal hier rechts ab. Wenn man damit die Polizei rechtet, dann wär das ja verrückt. Ich denke, wir sind jetzt klar. Ich bin glücklich, dass du hier kamst, Wei. Ich empfehle dich, Carl. Also was ist nächstes? Das war jetzt nicht so spektakulär, die Verfolgungsjagd, ne? Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Sehr gut. Geländewagen habe ich hier. Geländewagen. Und ins Ziel. Halt die Ohren steif. Es gibt nicht mehr als wieder anstehende Kerl in dieser Gang. Okay, bis dann. Bye. Küsschen links, küsschen rechts, Schwuchtel. Uh, ein Update! So. Was haben wir denn hier noch nicht? Nahkampfwaffen verursachen mehr Schaden und sind im Kampf robuster. Na, das brauche ich endlich mal. Weil ich immer im Kampf abkacke. Kacke. So. Fahren wir mal nach Hause. Legen Sie sich schlafen. Das habe ich früher. Oh, entschuldigung. Weil, meine lieben Freundinnen, die Zeit ist gleich abgelaufen. Und ich muss morgen früh zu arbeiten. Und das sehr früh. Scheiße, falsch gefahren. Dann hier runter. Ah. Ja, ja, Zeit ist abgelaufen. Das wissen wir. Tja, easy, ne? Wo ist hier der Kasten? Da ist der Kasten. Ne, das ist gar nicht der Kasten. Sag mal. Spinnst du? Gib meine Karre wieder. Spinnst du? Meine Karre zu klauen, ihr Penner. Sag mal. Da hört es aber langsam auf. So. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Klauen die hier mein Auto. Ich raste aus. Wo ist denn jetzt hier der scheiß sicher? Ach, da ist er. Bin ich gesehen. Ich raste aus. Ey, da klauen die meine Karre. Pff. Spinnig. Fangen wir mal. Ne, wir fangen immer mit demselben Mustern an. Eins, zwei. Ach, die Null habe ich vergessen. Das kann es ja auch mal sein. Zwei. Drei. Okay, nur die Eins ist richtig. Dann machen wir mal eins. Drei. Vier. Fünf. Gut. Also, wenn hier... Machen wir mal jetzt die... Wir tauschen einfach mal vier. Fünf. Ach, die Eins hatten wir doch schon. Dann muss hier mal die Eins hin. Na komm. Eins. Eins. Und hier die Fünf. Und dann machen wir hier mal eine Sechs hin. Ach. Du arzt es nicht. Da habe ich aber auch ein Glück, wa? Mann, 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 Murat. So. Jetzt rein in die Karre. Legen Sie sich schlafen. Das ist mein Plan, weil ich will dann noch die Überwachungskameras machen. Heute mache ich nicht stur zu Ende. Nach einer Stunde. Ihr kriegt heute ein bisschen extra Content, weil es so lange gedauert hat, dass ein neuer Part online kam. Das ist meine Entschädigung für euch. Oh. 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 Oh, Entschuldigung, meine Polizei. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Oh nein, jetzt muss ich erst... Oh. So. Versucht mir zu folgen, ihr Penner. Oh. 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 Ich höre nicht. Oh, Mann, Mann, Mann. Ach, wir könnten nach. Oh. Oh. Muss aber auch mal nach vorne gucken. Sind wir schon wieder hier beim Krankenhaus. Das kann ja wohl nicht wahr sein. André. So, jetzt versuchen wir mal zu folgen. Ha. Da ist das Parkhaus. Kann ich da mein Auto abstellen? Ich will das da drin haben. Ich will das da drin haben. Tenna, ey. Blöder Wichser. Wie komme ich denn dann nach Hause? Wie kannst du denn noch fahren? Hängen die Cops ab. Oh, scheiße. Scheiße, ich komme jetzt da nicht rein. Oh, Mann. Nur weil ich so ein bisschen Blödsinn gemacht habe. Tut mir leid. Oh, nein. Gib mir deine Karre. Ihr seid doch alle bekloppt in eurer Be- Alter. Scheiße, ich bin so blöd, ey. Nur weil ich ein bisschen Blödsinn gemacht habe. Geschafft. Kannst du mir helfen, hä? Keine Ahnung. Ich habe es gerade irgendwie geschafft, ganz schnell diese Folgen loszukriegen. Weiß der Teufel, wie ich das geschafft habe. Das ist mir aber auch egal. Ich wohne hier. Glaube ich jedenfalls. Hä, wo ist denn hier jetzt das Zuhause? Legen Sie sich schlafen. Ach, scheiße. Da muss ich rein. Oh, heute ist echt nicht mein Tag. Wo ist denn das Überwachungssystem? Da mache ich das wohl kaum. Oh, hier habe ich einen ganz kleinen Fernseher. Das wusste ich ja nicht. So. Jetzt nehmen wir noch mal ein paar Penner fest. Was war denn jetzt noch? Ich glaube, hier unten das Ding, ne? Ja. Ich würde sagen, der ist es. Ja. Der ist es. Ja, er hängt immer noch im... Ja, das ist gar nicht mein Auto. Ich schwöre es. Ich war nur im Kofferraum dran, weil mir jemand gesagt hat, ich soll da rangehen. Boah, ich habe es halt drauf. Ich weiß halt, wer das ist. Ja, kein Ding. Hatte ich noch einen da? Ich musste nochmal ran. Wen habe ich noch? Da? Ne, das ist nur der einzelne Typ. Noch einen da, oder was? Ne. Ach, dann da. Ne, der ist es nicht. Oder doch? Doch, der ist es. Der ist es. Nimmt ihn fest. Das war er, ja. Das ist das Ladesymbol. Ich bin Polizist. Auch wenn ich eben zwei Bullen erschossen. Oh, Schluck auf. So, meine lieben Freunde. Ich gehe jetzt hier speichern. Wir sehen uns im nächsten... Im nächsten Teil von... 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 Von Sleeping Dogs wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und, äh... Haut rein. Und bis denne. Ciao, ciao. Gute Nacht. Oh, Gott. Wie...